Wir befinden uns hier in diesem Gebiet, kennt euch bestimmt, sind hier jede Menge Soldaten und seht ihr alle richtig stark bewaffnet. Es gibt auch eine bloated Drohne hier, es gibt immer Kontrolle hier. Entschuldigung, sie kommt. Da ist sie. Entschuldigung, sie kommt. Ich habe jetzt ein bisschen getroffen und jetzt versucht, mich zu finden. Sie ist ein bisschen neugierig jetzt, wo bin ich und so weiter. Hat alle Soldaten hier alarmiert. Okay, na. Jetzt weiß, wo ich bin. Jetzt weiß ich, was ich bin. Das war's. Ich bin. Ich habe keine Unternehmung. Ich habe keine Unternehmung. Ich habe keine Unternehmung. Untertitelung des ZDF, 2020 bis jetzt habe ich glück gehabt ich habe dieses spiel angefangen zu spielen für paar stunde ist hier bin ich klar gekommen und hier habe ich probleme ich bin schon seit 6 stunden in diesem gebiet komme ich nicht weiter ich möchte diese soldaten auch zuerst stürzen vielleicht ist es besser wenn ich fange mit den leichten sachen als anfänger diese soldaten sind richtig stark befassen hier ist eine gefahrzone 150 also wie schon mal gesagt die sind alle die stadt bewaffnet mit jeder munition nun die sind jetzt alle neugierig und versucht nichts zu finden die weiß schon dass etwas passiert ist wir sind alle auf der suche jetzt sind alle laut alle neugierig ist nicht so leicht hier zu kommen da ist auch eine automatisierte geschütztür hier ist auch eine kleine kubbschrauber so was für ein kubbschrauber ist das ach so dass es die funke war das ist jemand da es ist nicht so gut die weiß jetzt weiß schon alle das jemand ist im gebiet jemand hat geschossen hier schon mal sehen hier und da hat diese zeichen da oben waren alle weiß hier sind alle gelb und das bedeutet alle hat schon gehört dass jemand hat geschossen und sind ein bisschen neugierig wer ist ein gebiet und dann werden auch gleich rot ja wenn du versucht alle nicht zu finden und wie schon mal gesagt diese richtig stark gut ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt bewegt sich nicht. Vielen Dank. Kontakt! Doktor der Bedrohung bestätigt! Ziel getroffen!